Ich begrüße euch auch heute mal wieder zu meinen Matchmaking-Solo-Queue-Abenteuern. Wir haben in der letzten Woche, beziehungsweise es ist schon zwei Wochen her, Ancient durchgespielt. Ich habe überzeugt mit acht Fracks. Und wie ihr seht, ist mein Aim heute ein bisschen besser. Und ich gehe als Horstüren ins Rennen und werde hier mit meinem Team rasieren. Ich habe gerade gesucht, im Pool waren noch Apollo und Engage. Und es ist, wie ihr seht, Engage geworden. Wo ist der A-Guy? Offensichtlich ein CT. Und es ist eine Hut, maybe. Ich habe gerade gesucht, im Pool waren noch Apollo und Engage. Und da sieht die, let's go! Wir starten mit Horst-Jürgen mal eben mit vier Kills, Horst-Jürgen. War das Rust-Pferd übrigens, für die, die es nicht wissen, was ich gestern in einer Notsituation essen musste, weil ich sonst verhungert wäre. Und um Horst-Jürgen zu huldigen, werden wir heute eine 30er-Bombe droppen auf Engage. Wir spielen übrigens, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, die aktuelle Version von Engage, die wir auch schon mal im Viewer-Game testen konnten, wo der A-Spot tiefer gelegt wurde. Wir können mal kurz checken, weil ich jetzt so schnell ins Game gegangen bin. Mit wem spielen wir überhaupt? Wir spielen mit Miriane. Wir spielen mit Orangener Penis. Wir spielen mit Piu-Piu und mit Vap. Ich glaube, ich werde gebackstappt. Ja, ist gut. Und wir spielen gegen Kra-Kra, Mugen-S, FBK, Dance-Shooters und Ladai. Okay. Ziel ist natürlich, wie immer in der Soul-Jurie mit guter Laune, Freude und Team-Play ein Game zu gewinnen. Und ich denke, das werden wir händeln können. Boom! Horst-Jürgen! Behind! Letzte Woche noch ausgelacht wurden für 8 Fracks. Jetzt haben wir gleich die 8 nach ein paar Runden. Ist sie hier da? Oh, am Top. Ist auch unten, oder? So, da haben wir die 8 Fracks von letzter Woche. Ich wurde massiv beleidigt, sowohl auf Twitch als auch in den YouTube-Kommentaren für meine Performance. Also, ich wurde nicht beleidigt. Ihr habt euch da mittlerweile ganz gut im Griff. Sinnlose Pöbler werden auch einfach permanent rausgebannt. Aber ich wurde nicht beleidigt. Das ist falsch. Da tue ich euch Unrecht. Ich wurde belächelt, möchte ich sagen. Ich wurde belächelt, dass ich in einer Scrimmage-Lobby mit größtenteils LEs und LEMs, was ja gar nicht so schlecht ist, als Bottom-Fragger mit 8 Fracks rausgehe. Und ich habe mir geschworen, das passiert mir nicht noch einmal. Und ich werde euch direkt mal eine ordentliche 30er-Bombe gegendrücken. Aber wir brennen ab. Wir smoken seriös hierhin. Dadurch smoken wir CT. Aim den Winkel ab, weil da solltet ihr gleich rauspushen. Ne, wenn da alles brennt, wahrscheinlich nicht. Flash for you, Penis. Schöne Flash. Was ist dein Name? Ich muss einen Namen ändern. Können wir dich Penis, doch? Ich mag Penis, let's go. Können wir Flash mir hin? Ich verabschiede. Das sind alle meine Kills. Ne, das ist T-Base, okay. So, ich werde am Ende nach den Ranks fragen. Oder vielleicht kurz vor Ende will ich nach den Ranks fragen. Ich will es jetzt nicht schon wissen. Ich denke, ich sollte sold my info by Operation Pass. Yes. If you spend the money on the Operation Pass, you will get the money back if you do all missions. Easy. Wo haben wir uns bisher einen Namen gemacht? In der Mitte habe ich rasiert. Komm, gehen wir nochmal B abchecken. Wir haben Mitte offensiv gemolled, deswegen vielleicht ein bisschen Fokus haben, dass er nicht gepusht wird. Dazu kann ich euch die Ecke hier ans Herz legen. Wenn jetzt hier in den nächsten drei Sekunden aber keiner kommt, können wir B gegenpushen, weil die offensiv wahrscheinlich nicht mehr kommen. Okay, wir haben die AWP, die wurde gerade durchgebracht. Bombe in der Mitte down. Das öffnet mir jetzt höchstwahrscheinlich den B-Spot, weil eigentlich wird dann gecallt. Schieb mal. Ach du heiliger, Jürgen. Ach du heiliger, Jürgen. Die war, 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 war eine Bombe, du. Ach du heiliger. On one way, is she? No, cool. Bombe ist down in the middle. I'm waiting for you. On top of the yellow. On top of the yellow. Boah, die war böse. I think he's in the hut. Hab ich den da nicht reinlaufen sehen gerade? Ja, hab ich. Wo ist the bomb on top? Wo ist die scheiß Bombe? Ah, wer droppt die denn da? Oh shit. Oh oh. Wollen wir da mal engen, Freunde? Ah, ich hab die Zeit nicht im Blick gehabt. Hätt ich vielleicht hinterher gehen sollen ohne die Smoke. Ich hatte die Zeit nicht im Blick. Ah, der Smoke trau ich nicht. Ähm, Maraini, I can flash for you. It's coming. Oh. Das war ein bitteres Teil, den hätt ich gehabt. Möchtet, ob ich den Smoke werfe gerade. Ah, scheiße. Das Ding ist weg. Den nehmen wir nochmal mit. Schade. Na, hat die noch Spot denn mal gehabt, wenn ich da die AK in der Hand hab? Kisten sogar bei 74 Cent. Ja. Das ist also 50 Stück, Chris, oder? Also kriegst du 50 Kisten, kannst sie verkaufen für 74 Cent, abzüglich 13% Steam-Marktgebühr. Hast du deinen Einsatz für den Operation Pass easy wieder zurück? Gut, die werden bis am Ende der Operation noch weiter fallen, aber auch, ich glaube, dass du auch am Ende der Operation, wenn du wolltest, in der letzten Woche alle Missionen durchgrinden könntest und du würdest trotzdem Profit machen. So, okay. Es sieht so aus, als würde ich hier tragen müssen, weil bisher kam vom Team noch nicht ganz so viel. Aber bisher habe ich noch keine Faxen gemacht. Habe ich 100% Headshot-Rate eigentlich? Ne, 81. Aber bisher war fast alles ein Headshot. Okay, die Gegner haben die Map auf jeden Fall schon ein paar Mal gespielt, was nachvollziehbar ist. Ich mag Engage auch. Ah, jetzt sieht der Runden kacke. AWP-Middle. Okay, die Gegner sind nicht so kacke. Das wird schwer. Warum hatten die Mates gerade eigentlich alle eine Deagle? Und jetzt wieder eine Deagle und ich konnte beide Runden easy in einer AK kaufen. Habe sogar nächste Runde Geld für eine AK? Boah, da wird ein Jump gegeben von Dan Shooters. Okay, wir müssen mehr Teamplayer haben gleich. Die spielen alle alleine und alle auch ein bisschen ängstlich. Let's just buy, let's not buy big, let's buy like Tech-9 and rush, rush B maybe. I'm gonna flash and then we just run. Let's smoke, flash and let's go. Ach du kacke. Wer? City, right side. Oh, da muss doch einer schauen. Connector. Ah, da muss doch irgendwer hingucken. Shit. Ah, wenn ich die Waffe da kriege, dann haben wir die Runde, glaube ich. Habe es gerade so gefühlt. Schade. Oh, we got the bump down. Let's go. Ist das dein Main Account? Ja, ich spiele mit meinem Main Account, aber damit ich unerkannt bleibe. Vielleicht wurde ich schon erkannt, ich weiß es nicht. Gehe ich immer mit einem anderen Nutzernamen rein. Als Horst Jürgen. Ich meine, das ist bei Scrimmage eigentlich eh egal, weil hier gibt es keine Hidden Ranks und nix. Ich hätte auch mit einem anderen Account spielen können, aber das ist mein Main Account. Was ist da? Was ist da? Good job. 12. Let's go B. One is in City with AWP. Oh, da ist da noch einer, oder? Och, er gibt einen Jump. Back, back, äh, thing. Piu Piu. Ja, right there. Good job. Schön. So, aber drei gegen eins. Let's go. Schöne Entries davon. Wer war das eigentlich? Piu Piu? Wer hat die Entries gemacht in der Mitte? Das war wichtig. Scrimmage ist auch trotzdem Elo basiert. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es das nicht. Ich meine, letzte Woche habe ich mit LEs und LEMs gedaddelt. Aber was ich sonst im... Aber ich habe im Scrimmage schon Matches gespielt, wo wir 16-0 drüber geflogen sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Scrimmage keine Hidden Elo gibt. Weil wir im Scrimmage in 90% der Games komplett drüber fangen. Boah, ich bin in der Mitte noch nie so oft rausgegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gucke, ob ich das richtig... Schleich mal durch, vielleicht ist es das. Boah, ich bin noch mal drauf. Shit. Wir versuchen es mal auf den B. So. Fuck. Is she up there? She jumped down. Fuck. Wo ist die Scheißbombe unter mir? Ich sehe ihn nicht. Fuck! Oh, den hätte ich gehabt. Ich habe ihn nicht gesehen in dem ganzen Rauch. Oh, das ärgert mich, ey. Die war so gut gespielt, die Runde sonst. Kacke. Okay, ich mache mal eine YOLO-Runde. Ich mache mal hier, wo ich eigentlich auch am liebsten gehe. Oben A. Oh, das ist ja ganz anders. Shit. Wir gehen raus, dann muss ich eigentlich auch mit. One on top, low HP. Ah, kacke. Oh, das wird noch tricky. Oh, das wird schwer. Der Average-Rang von den Gegnern ist höher als bei mir im Team. Mein Einer redet mit mir. Das erinnert mich so ein bisschen an die eine Runde auf Anubis war das doch, oder? Die komplette Abbrechrunde, wo ich am Ende 45 hatte. Da hat aber gar keiner mit mir gesprochen. Jetzt redet wenigstens einer. Ah, schade ey. War eigentlich geil gedacht. Schade, dass es mir den Insta-Headshot gibt. Good job. One is on site in the B-Thing. I think he's in there. Ja, let's go. Oh, die sind so ängstlich. Nice. Die sind sehr, sehr ängstlich, die Mates. Die haben einen am B. Und das ist klar, es kann nur einer B sein. Da musst du mit vier Mann einfach draufrennen. Jetzt fallen noch zwei. Weil die Schiss haben. Connector, ist ab. Miriam, bleib doch im Scope! Nice, good job. Ich glaube, CT-Seite wird schwierig. CT-Seite muss ich auf jeden Fall dastehen. Gamer-Girl hat eine echt tiefe Stimme. Ist das Gamer-Girl, der die ganze Zeit redet? Ich habe nicht auf den In-Game-Check geachtet. Ist das Gamer-Girl, der gerade spricht? Einzige Person mit Voice hier? Tatsache, das ist Gamer-Girl. Achso, Gamer-Girl war Penis vorhin, ne? Die Orange-Penis war Gamer-Girl vorhin. Deswegen dachte ich gerade, hä, ich habe doch nicht Gamer-Girl reden. Das war auch immer der Penis. Close. Ah, Shotgun. Kacke. Nice. Das war stark. Das ist mein Fehler, ich mache die Bombe. Mira-Jane. Der FPK ist, glaube ich, nicht schlecht an B. Boah. Okay, der drückt stark. Jetzt hat er gerade die Bombe weggeschmissen. Jetzt hat er sie gebrauchen können. Scheiße. Das ist mein Fehler, ich mache die Bombe. Oh, go, go. Ich glaube, da ist keiner. Das wird aber gleich einer kommen. Ja. Ich spiele mal den Nullik die Runde. Ich weiß, dass die Mates Waffen haben. Das heißt, ich werde mit dem Koi hinterher schleichen, bis ich eine Waffe aufheben kann. Oh, thank you. Geil. Oder so, ich kriege einen Drop. Aber trotzdem werde ich mal hinterher gehen. Als Nexa mit Donut und so gespielt hat, hat er auch die Spieler vorgeschickt und hat am Ende die Fracks gemacht. Erstmal die Mates anhitten lassen und du kümmerst dich dann um den Rest. Shit. Jetzt kann ich die Ecke nicht checken. Close. Below. Do you have a flash? Nope. Shit. One more entry. Cut. Cut. Oh, jetzt denke ich mir auch direkt. Larsen hat. Two-Hats, ey. Scheiße. Das, also, das wird schwer, das noch zu holen. Jetzt habe ich die letzten Runde aber auch gute Shots von den Gegnern bekommen. Kacke. Okay, Mugenham-Satown gemacht. Schon mal der Beste von denen. Das ist gut. Ich will eine Scout am Aar. Das ist auch erstmal nicht so schlecht. Where are they? Where is he? What's going back? Can you take the bomb? Oh Gott, ey. Also ich, gefühlt verlieh mir gerade die Hälfte der Runden, weil die Bombe immer irgendwo weggeworfen wird. Ist das eine Leiter? Nein. Okay. No. Kacke. Den muss ich haben. So, jetzt behalte ich die Bombe mal. Fuck, die hätten wir haben müssen. Wir hatten zwei oder drei Entries. Und dann ist die Bombe wieder am Spawnen. Du nimmst die Räume ein mit dem Team. Musst dann aber wieder zurückkämpfen, weil die Bombe am Spawnen liegt. Wir haben gerade eigentlich zweimal eingenommen. Flashing out. Scheiße. Könnte ich auch nochmal woanders hin. Oder B pusht wenigstens nie. Da kannst du dich drauf verlassen, dass B nicht pusht. Jetzt zum Teufel ist der Mitte close. So langsam werde ich tilt. Ah! Close middle. So, jetzt, also das ist wieder so eine Lobby. Es redet eine einzige Person mit mir. Der Rest überhaupt gar nicht. Die Gegner sind auf jeden Fall aimtechnisch besser als unser Average im Team. Das heißt, wir sind fünf Runden hinten. Ich glaube nicht, dass meine Mates die Spots hier halten können. Das heißt, ich entscheide jetzt wieder alleine, ob das ein Wind für mich wird oder nicht. Das ist wie auf Noobis komplett alles in meiner Hand. Ich muss jede Runde eigentlich drei Fracks machen. Dann haben wir hier noch eine Chance. Es ging so gut los. 4k an der Pistole. A clear. 100% clear. B zu B. Ist offensichtlich B. Jetzt kriege ich aber auch Bomben, Alter. In Bands. In der FDK gibt es aber wilde Dinger zum Teil, ne? Ich habe 13 Fracks, aber die Bogen, die da drückt sind, sind gefühlt alles Headshots vorbei. Ich habe noch einmal die beste Headshot-Rate. Ja, ich muss kaufen. Ich muss kaufen. Nice. Oh ja. Okay, ma girl. Schön, schön, schön. A clear again. Und Krakra sieht einen halben Pixel und drückt den Kopf. Ich sage es jetzt, es tut mir leid. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber es ist gescriptet. Der sieht einen halben Pixel. Ich habe den Ellenbogen gesehen und da war ich tot. Was soll diese Smoke? Ich glaube, das ist weg. Ey, es ging so gut, so gute Laune, aber es fackt mich auch wieder ab. Ich sage es, wie es ist. Gute Laune ist weg. Wir müssen eh nochmal spielen. Alles weg, ne? Aber CS, wenn Leute nicht reden oder dann auch nicht mal ingame irgendwas callen, es fackt einfach nur ab, wenn du selber gewinnen willst. Eigentlich spielen wir zu zweit, Gamer Girl und ich, sonst redet hier keiner. Die gucken einfach irgendwo rum, die Leute hier. Und ich bin jetzt am Punkt, wo ich so erbost bin, dass ich reingehe. Jetzt rein und gehe auf Movie. Jetzt gönn mir doch aber auch nochmal einen Kill. Oh, der ist rausgelaufen. Was? So, jetzt aber, wie erklärt es mir? Schreib es mir ruhig. Schreib es mir in die Kommentare. Ganz gelassen. Ich frage in aller Ruhe, was sind das plötzlich für Shots? Und ich sage es auch jetzt, es ist wieder gescriptet. Hätte ich die letzten 10 Runden nicht in 8 solche lächerlichen WTF-Shots bekommen, dann würde das hier auch anders aussehen. Aber ich kriege nur One-Taps. Und wieder FBK. Der hat 15 Shots. Davon 10 Headshots und alle waren gegen mich. So, wir werden jetzt auf WAP gehen und sehen, dass er sein halbes Magazin fast sprayen kann, bis er überhaupt mal einen Hit bekommt. Okay, FBK, da ist er wieder draußen. Mal gucken jetzt. FBK. Wir werden analysieren, ob das Lucky war von FBK oder ob er sowas regelmäßig macht. Wir gehen auf DSB. Pew, 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 pew. So, er geht rum. Gegner ist auf Treppe gecalled. Gegner ist Treppe gecalled. Der Mollo vom letzten Gegner kommt offensichtlich von oben. Er guckt aber zusätzlich noch mal in die CT-Base und auch diese Runde ist weg. Großes Kino. So, und ich muss jetzt was auspacken. Ich habe was von meiner Mama bekommen. Und zwar in Stresssituationen habe ich von meiner Mama zu Weihnachten bekommen, dass sie ist ein Bärenstein. Der hat hier so eine Groove drin, wo der Daumen reinpasst und da kann man so dran rumreiben, wenn man nervös ist, weil ich meinen Stressball ja schon wieder kaputt gemacht habe. Der kommt jetzt das erste Mal zum Einsatz und ich reibe auf meinem Handschmeichler. Jetzt bin ich gebrochen und wir werden auch nächste Runde wieder, äh, nächste Woche wieder rein müssen, glaube ich. Ah, 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 ah. Mann, ich kriege keinen Kill mehr. Schönen Gamer Girl ist aber noch da. Der hat noch Bock. Let's go, Gamer Girl. War opened on A. Ich weiß nicht, wer FBK plötzlich ist. Wer ist denn FBK plötzlich? Der drückt nur noch in Shots. Ah, go for it. One is CT, one is staircase, I think. Ja. Ah, Mogen geht komplett durch Smoke. Es geht aber auch wirklich nichts mehr rein bei mir. Ich verstehe es nicht. Ich bin der beste Spieler, den Engage jemals gesehen hat in den ersten fünf Runden. Nur Headshots. Und jetzt kassiere ich die Headshots plötzlich wieder gegen. Ich gehe jetzt mal Tür rein, glaube ich. Mit Fallschaden. Wobei, du rißt ja hier vielleicht gar keinen Fallschaden mehr. Ist ja alles tiefer gelegt. Durch. Da war einer. Er hat einen Headshot. Er hat einen Headshot. Headshot. Kackt. Schön. Gamer Girl ist da. Oh, Miriam. Wilder Shot. Guck mal, die... Oder er oder sie eben doch gar nicht so schlecht. Woran scheitert es denn? Wap, schön. Last A. Mach fertig, mach fertig. Vielleicht noch 100. Äh, door, I think. So, Mira, jetzt mit einem schönen Backstep. Wirklich schön. Muss eigentlich der Kill sein. Gegner könnte zwar schon Base sein. Oder A oben kommen. Ist auch eine Option. Oder ZB, das ist ein Kill. Ja, stimmt. Ist die Bombe noch down? Nein, Bombe ist nicht down. Gegner hat Bombe. Bombe liegt B. Wir gehen auf Gamer Girl. Der ist der Erste, der hier einen Kontakt hat. Zusammen mit Mira Jane. Und da ist... Da ist Mira Jane plötzlich doch da. Mit dem 3K. Let's go. So, und jetzt gib mir mal bitte wieder einen Kill. Also jetzt mal ohne Scheiß. Langsam wird's lächerlich. Da hat EA wieder die Finger im Spiel. So. Tschüss, war defensiv. Komm, man hat man hier noch immer den Winkel? Ja, hat man tatsächlich. Ja, ist gut. Okay. Wo ist der B-Mate? Oh, das ist ein Connector. Schön, wichtiger Frack. Der war wichtig. Der war wichtig. We're coming. So, wir kündigen uns an mit einer Flash. Scheiße, die Öffnung ist anders als vorher. Der Eke. Nein. Nein. Connector. In the smoke. On top. Oh, he was on top. He dropped towards Connector, I think. Is that here? Yeah, there. From there. So, WAP. Das Comeback hängt an WAP. Wenn wir die Runde noch holen, dann habe ich wieder gute Laune. Dann glaube ich noch dran. Ah, er fällt zurück. Ich glaube, ich wäre dagegen gegangen sogar. Oh, Christ's win. That's right. Schade. Letzte Runde. Was kann man da noch machen? Wo kann man denn mit P90 gut Freaks machen? Ich fliege jetzt hier rein. Er hockt im Vent. Er aimt mich ab. Kra, kra. Hockt im Vent und aimt den Backstep ab. Nice. Nice. Nice, nice. On top. On one. Ich sage, der Kollege ist CT-Base durchgepusht. Ah, nee. Ah, nee. Nice. Ich werde nochmal versuchen, Mitte close zu gehen, aber dann davor zu warten. Wind up the ladder. Two out in the middle. WAP. Nicht alles verschießen. Nicht alles verschießen. Nice. Good job. Oh mein Gott, let's go. Vielleicht wenigstens noch ein Drawer. Wenigstens ein Drawer, bitte. Der wird nicht zählen. Wobei doch, wir haben ja die Regel ausgemacht mit den Kanalpunkten auch. Wenn der Gegner zuerst 15 Punkte macht und du das noch zurückholst und den Drawer schaffst, dann ist es ein Win. Wenn du aber zuerst die 15 Runden hast und du verdattelst den Win, weil die Gegner noch den Drawer holen, dann ist es ein Loss. Mal abgesehen davon glaube ich nicht dran, dass wir das jetzt noch schaffen hier 7 Runden. So, der Backstep ist geil. Unglaublich geil. Hier ist seit 10 Runden keiner mehr gepusht. Trotzdem schifft den der Base. Ey, das sind Scherzkekse, wirklich. Somewhere, äh, T-Base. They're shifting. Alter, die spielen Scrimmage seriöser als Astralis auf Major. Die haben eine Eco-Air im T-Base ab. Das steht in keinem Drehbuch sowas. Und deswegen ist es wirklich gescriptet. Ich streame mit 30 Sekunden Delay. Hier kann auch keiner snipen. Seit 15 Runden ist keiner mehr A durch. Denn Shooters steht trotzdem da. Nice. Warum nicht so vorher? Auf einmal sind die Mates alle drauf. Und hopp, und hopp. Nice. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Die ersten 10 Runden, wo ich schrecke, sind meine Mates die taubsten Nüsschen im CSGO-Universum. Und die Gegner auch taube Nüsschen. Jetzt machen die Gegner alles perfekt. Ich kriege nur noch One-Taps und auf einmal sind die Mates da. Was ist das hier? Also es ist die True-Man-Show. Oh, ich reibe, ich reibe. Ich habe gleich durchgerieben. Ich reibe wie ein Wahnsinniger an meinem Stein. Der wird warm, wenn man reibt. Und es tut sogar irgendwann weh. So, ich werde jetzt hier warten, weil Dan Shooters garantiert wieder eine T-Base abämmt. Natürlich kommen die Gegner jetzt wieder B, wo ich am A bin. Ne, das ist ein Drehbuch. Ich nehme es jetzt hin. Das ist ein Drehbuch hier. Das wird runtergerattet. Das haben die einstudiert. Gaben sitzt da gerade, lacht sich kaputt. Das sind Einstudierte, das sind Schauspieler hier bei mir in der Lobby. Das kann nicht sein, dass sie plötzlich B gehen, wo ich A defensiv bleibe. Deswegen pushe ich A durch, damit ich die Backstamp kann, wenn die B gehen. Jetzt bin ich defensiv und jetzt gehen sie B. Ich kriege durch Smoke. Ich habe 30 HP. Ich kriege die Monster- Ich kriege die Monster- Und dann im perfekten Timing. Es ist ein Drehbuch. Und dann sowas. Danke für das Spiel, Leute. Gute Spiel. Mal versuchen, Unlucky. Was sind deine Ranks in Matchmaking, by the way? Ich habe meine, wie vorhin, nicht alles. Miriam ist Gold Nova 4. Und was war es vorhin? Es war global. Miriam, Gold Nova 4, Gamer Girl, war global, hat aber wegen Inactivity keinen Rang mehr. Ne, also das lasse ich mir auch nicht mehr gefallen. Das sage ich offiziell. Das kann nicht sein, dass du 5 Runden in Folge komplett alles rasierst. Die Mates raffen nix, die Gegner raffen nix. Und plötzlich dreht sich alles um. Plötzlich werden die Mates krass. Und die Gegner machen alles perfekt und drücken alles und haben das perfekte Timing. Und bei dir geht nix mehr. Ich möchte einen Mathematiker, haben wir irgendeinen Mathematiker in der Community, außer Marc, der mal ausrechnen kann, ob das plausibel ist, was mir hier wieder passiert ist. Das geht nicht. Guck mal, 4K, 4K, so und ab ungefähr hier wurde es lächerlich. Guck mal, ihr habt 14 Runden in Folge keinen Frag mehr gemacht, gefühlt. Ne. Also ihr könnt euch nächste Woche dann nochmal auf Apollo oder Engage freuen. Es lief eigentlich auch zu gut die letzten Wochen. Ancient First Try, Agency First Try, ich glaube, Gaben hat das, oder irgendwer bei Valve hat das gesehen. Und die haben hier ein paar Paid Actors ready gemacht. Ich glaube das nicht. Also das ist wieder, also das passiert auch nur in den Solo-Queue-Matches, die ich Sonntag spiele. Das passiert in 100 Matches mit Mates, mit Röder, mit Zwanni passiert sowas nicht. Das passiert immer nur, wenn ich hier Sonntag schön alleine meine Solo-Queue-Sachen spielen will. Dann passiert sowas. Das passiert mir sonst nicht und ich glaube da wirklich nicht mehr dran. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir nochmal Engage oder Apollo spielen, weil ich beide Maps immer in derselben Queue sehe. Es ist ein, es ist ein Witz. Schweine aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are team Schweine aim. Schweine aim. Schweine aim.